Servus, ich bin der Josef. Hallo, ich bin der Michael. Wir machen heute einen Vorwintercheck. Das heißt, wir schauen uns die Einzelpflanze im Raps an und wir schauen, wie der Vigrationskegel ausschaut, ob er abhebt, ob es noch eine Maßnahme braucht. Wir haben jetzt hier eine Pflanze mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blättern. Was ist das Ziel? Das Ziel wäre, dass wir mindestens 8 Blätter erreichen, da also ab 8 Blätter der Raps praktisch seine Nährstoffe unten in eine Wurzel einlagert. Allerdings haben wir das Problem, was also heuer ist, bei der Vegetation, die wir jetzt die letzten 4 bis 6 Wochen gehabt haben, weil es einfach so warm war. Ab 12 Blätter sowas sagt man, besteht also die Gefahr, dass unser Raps abhebt. Das sieht man am besten am Vegetationskegel. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Da müssen wir die Pflanze aufschneiden. Wir wollen quasi einen Zentimeter dicken Wurzelhals. Haben wir eh schon fast erreicht. 8, 9 Blätter haben wir hier. Jetzt fangen wir an, dass wir langsam uns Richtung Kegel vorschneiden. Jetzt siehst du ihn schon hier. Genau, hier ist der Vegetationskegel. Das heißt, sehr kompakt beieinander. Noch keine Tendenz, dass er abhebt. Das heißt, direkt an der Erdoberfläche. Maximal Frost geschützt. Auch wenn dann die Blätter sich drauflegen. Wir sehen ja unten drunter keine Hohlherzigkeit. Also Ohrmangel, vor allem wenn es viel Niederschläge gegeben hat, kann ein Thema sein. Wenn jetzt da was passieren würde, dann würde sich das langsam strecken. Das heißt, der Hals wird lang, die Farbliche Abgrenzung wird länger. Da sieht man noch keine Tendenz. Ja, die nächsten Wochen, nächste 2 Wochen, entscheiden darüber, ob noch was passiert. Ansonsten denke ich, können wir den Winter schicken, oder? Ja, also wenn die Witterung jetzt so bleibt, wenn wir aktuell sind, dass also die Temperaturen jetzt auch langsam runter gehen, denke ich, brauchen wir den Raps, können wir den Winter schicken. Brauchen wir keine Maßnahme mehr. Sollts natürlich wieder erwarten, im November jetzt auch nochmal so warm werden wie im Oktober und haben wir nochmal ein, zwei Wochen warmes Wetter, dann müssen wir wahrscheinlich nochmal aktiv werden. Okay. Das war's soweit vom Raps. Wir sehen uns. Wir sehen uns wieder. Tschüss. Das war's.